Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu HALFA TV. HALFA TV, das neue Format von HALFA zur Erklärung von komplexen Sachverhalten, Produkten, Dienstleistungen, die Sie nicht ohne weiteres mit Wort und Schrift erklären lassen. Wir freuen uns Ihnen heute ein neues Produkt unseres Hauses vorzustellen, die Umhänge Tasche Matrix. Zu meiner Rechten mein Kollege der Jens zeigt Ihnen jetzt einmal kurz die Funktionsweise der Matrix. Ja, von mir auch hallo. Das ist unsere neue Umhänge Tasche Matrix. Die Matrix ist auf den ersten Blick eine ganz normale Umhänge Tasche. Warum wir die aber heute hier zeigen, ist die besondere Funktionalität dieser Tasche. Der Überschlag öffnet sich über diese beiden Steckverbinder und wenn ich die Klappe dann hochschlage, sehe ich hier schon eine große Reißverschlussvortasche, die ich zunächst befüllen kann. Das große, breite Hauptfach, erreiche ich aber über eine Öffnung im Überschlag. Und das ist das, was diese Tasche so besonders macht, denn dadurch habe ich gleich eine Volumenerweiterung um das Doppelte. Ich kann dann diesen aufgeklappten Überschlag hier an diesem Karabinerhaken fixieren, so dass ich die Tasche ganz normal als Tragetasche tragen kann. Und dieses Volumen reicht dann auch für einen längeren Messebesuch oder einen ausgiebigen Einkauf in der Stadt. Ja, gutes Stichwort. Halfertaschen sind ja qualitativ immer sehr hochwertig. Wie zeichnet sich diese Tasche in puncto Qualität aus? Wir haben bei der Matrix ein ganz besonders hochwertiges Polyestermaterial verwendet, ein Polyester High Density. Ein sehr glattes, robustes Material und dieser Oberflächenglanz der Tasche trägt auch zum qualitativ hochwertigen Eindruck der Tasche mit bei. Wir haben natürlich so ein hochwertiges Material gewählt, weil wir genau wissen, dass die Tasche für dieses Volumen genutzt wird und natürlich dann auch schwerer belastet wird als eine normale Tasche. Wir sehen hier die Tasche in blau. Es gibt sie ja dann auch nochmal in schwarz Ablager lieferbar. Wie gewohnt natürlich auch mit den bekannten Werbeanbringungstechniken des Hauses. Wie verhält es sich mit den Werbeanbringungsmöglichkeiten bei dieser Tasche? Wir haben zwei Flächen vorgesehen für den Logodruck. Das ist einmal diese Vortasche hier. Wir haben durch diese breite Reißverschlusstasche eine sehr große Fläche für die Bedruckung. Natürlich wird diese Fläche verdeckt, wenn ich die Überschlagklappe wieder schließe. Das heißt, die Fläche auf der Front bietet sich für eher dezente Bedruckung an. Alternativ kann ich das Ganze auf der Überschlagklappe bedrucken und habe dann eine Werbeanbringung, die immer präsent ist. Zusammengefasst bedeutet das, eine Tasche, die sowohl im privaten Bereich einzusetzen ist, als auch möglicherweise im geschäftlichen. Im privaten Bereich zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie vom Volumen her sehr, sehr großzügig gehalten ist, dass man sie ausklappen kann und dass man dort auch den größten Einkauf mitnehmen kann. Ich kann nur sagen, fantastisch. Wieder eine weitere Tasche von Halver, die Kundenlogos zum Erfolg trägt. Sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen zum Ende der Aufzeichnung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns schon wieder, Sie beim nächsten Mal zu HalverTV willkommen zu heißen. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen.